Na dann, ich würde mal sagen, wir machen ein New Shift, glaube ich, weil Kontinuen können wir das ja, glaube ich, gar nicht, oder? Was passiert, wenn wir Kontinue klicken? Was passiert, wenn wir Kontinue klicken? Hatten wir getestet, ne? Ich kann mich aber trotzdem nicht mehr da... Ach, wir wachen ja direkt in der Bude auf. Ich glaube, ich mache direkt ein New Shift, oder? Yeah, yeah, boah... Ach, nee, wenn wir New Shift machen, sind wir im Tutorial, ne? Und hier geht es ja direkt los. Alles klar. Nee, dann machen wir das so. Wir müssen einmal die Schlüssel nehmen, so war das. Was liegt denn hier die ganze Zeit? Ist hier ein Dämon? Ah! Huch. Bin ich ja fast verschrocken. Nein, Spaß. Willkommen, wir gehen raus. Ach, Valorant, Leute. Valorant, das bereitet mir Kopfschmerzen. Können wir eigentlich direkt wieder fahren? Was passiert? Warte mal. Könnten wir? Lass die Tür auf, ne? Nee, wir können... Nee, wir können nicht fahren. Schade. Oh, ich muss meinen Sound ein bisschen leise machen. Ich habe noch Valorant-Übersteuerung an. Ich habe ja ein Achievement. Ich mache mal zur Sicherheit die Tür wieder zu. Man weiß ja nie... Du Scheißding. So, naja, gut. Wir nehmen den Notizblock. Da war ja was, ne? Dann müssen wir... Nee, hä? Ach, stimmt. Das ist ja wie... Guck mal, wir sind jetzt schon leicht besessen. Wir wissen noch gar nicht, um was es so richtig geht, aber trotzdem. So, Mr. Kollegah ist nicht mehr da. Ich hoffe mal, ich kenne noch die Steps, aber ich gehe mal stark davon aus, oder? Raymond, I really need a key to hatch outside. Dinas ist... Ach so, ja, mit dem Schlüssel. Genau. Wir haben auch Full Access. Warte mal, war hier nicht irgendwo? Da ist ein Schlüssel. Extra Keys. Mr. Deliver... Äh, was? Delvers Extra Keys to the Mortary. Müssen wir aber auch nicht nehmen, anscheinend. Rebecca, Raymond asked me to, äh, take or restock the rest of the supplies in the embalming room. But he is so, ähm, secretive, I feel like I get different instructions every day. Sorry. If it's not what you're used to. Zoe. P.S. Could you ask him to stop calling me, Zoe? No one calls me that. Alles klar, Zoe. So, was haben wir hier? Limited Access. Alles klar. Haben wir nicht hier irgendein... Ach, da war's. Guck mal an. Haben wir den Schlüssel gefunden? Komm, wir holen mal die erste Leiche ab. Let's do this. Fühlt sich irgendwie falsch an, ohne das Tutorial zu spielen. Irgendwie ist man da so ein bisschen raus, oder? Warum die goldene Mitte, oder? Alter, sind wir kräftig. Wir haben den Wagen in die Wand reingeschoben, Leute. Ach, ja, klar. Wie gesagt, ich bin aus der Übung. So, wen haben wir denn? Wir brauchen das Clipboard. Dass du mich auslachst, weil ich mein Clipboard vergessen hab, ne? Nur weil ich dich im letzten Stream verbrannt hab. Das ist nicht nett, Fräulein, ne? Das ist absolut nicht nett. Ich steck dich da wieder rein. Das kannst du auch wissen. So, komm. Dabei ging die Wand auch nicht kaputt. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, jetzt hab der Professor ist grad wiedergekommen, Leute. Geht gleich weiter. Moment. Esst noch kurz was, ne? Abendessen, Leute. Oh, perfekt. Hallo? Hallo? Keiner da. Ist ein bisschen doof, find ich. Guck nochmal. Ich glaub, wenn der jetzt ein Monster stehen würd, ich würd's gar nicht erkennen, weil es ist einfach so dunkel bei mir auf dem Monitor. Komm, komm. Okay, keine Ahnung. Muss wohl der Wind gewesen sein. Ignorieren wir jetzt einfach mal. So, wir brauchen noch unseren Clipboard. Was haben wir jetzt? Haben wir noch. So. Haben wir die alte hier drauf geschoben. Aber guckt's euch mal an. Das sind... Sind das immer andere? Das sind... Alter, das sind ja immer andere. Wobei, hier, die Oma hatten wir beim letzten Mal, glaub ich, auch, oder? Ne, aber die hatte nix auf der Stirn. Hä? Hey, den hatten wir, glaub ich. Aber die Oma hatte nix auf der Stirn. Das sind... Ist das random generiert? So, zu. Omen, gar nicht mehr da. Äh, Omen wollte sich das angucken, doch. Aber vielleicht macht Omen ja doch ne kleine Pause. Doch, hey. So, cool. Ich fühl mich ein bisschen gestört, ein bisschen beobachtet. Wartet mal. So. Ich mach mal die Türen zu. Ich kann nicht... Genauso wie, äh, wenn wir frühstücken, äh, unser Frühstückstisch. Der steht immer an, äh, an der Tür. Und wir können nicht frühstücken, wenn die Tür auf ist. Deswegen, ich mach mal zu, ne? So, jetzt können wir nur wo anfangen. Wie war denn das? Ich muss erst mal wieder reinkommen, Leute. Ah ja. Shift war's. Embalming. Ah ja, genau. Wir müssen jetzt erst mal die, äh... Ne, hä, leert hast du was? Wir müssen jetzt erst mal hier die ganzen, äh, Sachen von ihr angucken. Wo hat sie denn was? Da können wir schon mal notieren. Was ist das hier ekelhaftes? Ein Fleck, der brennt, der stinkt. Ein stinkender Fleck, Leute. Konnte man sie nicht... Ach da, rotate. Ist sonst nix, ne? Okay, gut. Wir drehen sie wieder zurück. Dann der Kopf. Mhm. Da, im Gesicht, alles klar. Wir sind hier. Guck mal, es nimmt einfach ein. Ekelhafte Kretze. Was haben die da eigentlich? Dämonische Pusteln? Oder passiert das bei Leichen? Kennt sich jemand mit Leichen aus? Oh, da hat sie noch was? Perfekt. Ja? Hast du einen Döner mitgebracht? Hat er gerade was gekloppt? I'm not entirely sure. Beruhigend ist es aber nicht. Ah, tatsächlich. Das musste man auch notieren. Aber eigentlich wollte ich tatsächlich die Hände angucken. Alter, die ist ja richtig penetriert, oder? Die ist ja ultimativ durch. Okay, wir haben alles. Ich würde gerne ein bisschen helleres Licht anmachen. Einfach für die bessere Atmosphäre. Die können wir uns nochmal anhören. Ich habe nämlich gar keine Ahnung mehr, um was es hier überhaupt geht. Ach, hier, das Book of Typhon. Das hatten wir, glaube ich, auch. Das ist nicht. Was sind das? Keine Ahnung. Pauweh, anscheinend nicht. Pauweh, anscheinend auch nicht. Guck gleich weiter. Das ist das letzte Band. Äh, Tonband war wo? Ähm, Tonband war wo? Achso, einfach nur anklingen, ne? Wo konnten wir die uns nochmal anhören? Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Egal, ich trage erstmal, äh, die Person ein, ne? Wen haben wir denn da? Jade Schwarz. Sie sind 20 Jahre alt. Rechte Schulter, linke Schulter. Ja, dann... Ja, dann überall was, ne? Linke Schulter. Linker Arm. Und ein Mole am rechten Bein. Und ich glaube, ah, nee, Kopf haben wir noch vergessen. Da hat sie Britney Spears oder sowas. Let me schieß. So, submit. Ist doch ganz easy. Aber hä, wo konnten wir uns die Kassetten anhören? Oh, wo war das nochmal? Ja? Raymond? Raymond hat mich gerufen. Ich glaube, der ist gerade zur Arbeit gekommen. Ist schön, oder? Ich komme ihn direkt mal um Hilfe fragen. Wo bist du denn, Raymond? Ich lasse die Türen doch auf. Ich glaube, ich lasse sie doch auf. Wann denn man diese verfickten Dinger nochmal aufhängen? Achso. Der Embalming Report. Oh, was ist denn das? Ah, der Tipp. Alles klar. Okay, gut. Ja, 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 ja. Danke, Chats. Danke. Sehr gut. Ich lasse mal doch alle Türen auf. Ich fühle mich gerade ein bisschen sicherer. Immer wieder gerne. Ali will flirten. Ich sehe schon, ich bin bald Single. So, na gut. So, na gut. Ähm, ich glaube... Aber warte mal. Hatten wir hier nicht sowas wie, ähm... Da, ne? Guck mal hier. Hier gab es sowas wie Letting Strips. Ja, cool. Äh. Was? 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 Hä? Was? Wo ist das Symbol? Hier ist ja jetzt ein Symbol entstanden, Leute. Alter, gruselig. Man sieht ja gar nichts mehr. Ich sehe es nicht. Bin ich ehrlich. Hä? Äh, Leute? Ist das jetzt verbuggt? Ach, an der Tür. Was ist denn das? So, 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 so. Ich zeichne die wieder auf wie beim letzten Mal. Ich weiß ja noch nicht so ganz. Ich glaube, wir müssen... Ich glaube, die Dämonen, die haben ja Namen, ne? Wir müssen ja anhand dessen... Mussten wir das, glaube ich, bei dem Brett oder so... Kann ich mir jetzt direkt das nächste holen? Nein, das wäre zu einfach, ne? Da muss er aber auch für uns arbeiten. Und du musst deine eigene Wohnung hier renovieren. Beim letzten Mal? Fragezeichen. Wir haben vor einer Woche das Spiel schon mal gespielt. Da habe ich dann aber die gute Tante... Äh, ich habe die erste Leiche geschafft, die zweite Leiche geschafft. Und habe dann die zweite Leiche aber einfach verbrannt, weil ich gucken wollte. Der Button ging vorher nicht. Der ging vorher nicht. Und ich habe es dann einfach gemacht und dann war Firearms. Er hat die alte reingeschoben, verbrannt und dann war Game Over. So, Moin Goom Bay. Hallo? Hallo. Rebecca? Rebecca? What the... What the fuck? So, das heißt... Ein bisschen, was kennen wir schon, aber noch lange nicht alles. Kann ich jetzt eigentlich nochmal? Das ist bestimmt pro Leiche oder so, ne? Mag Monty andere Hunde? Nein. Nein. Nur die, die hier sind. So, warte mal. Wie ging das jetzt nochmal? Wir müssen jetzt, glaube ich, wenn wir Leertasten drücken, genau hier die Schritte machen, ne? War ja jetzt schon. Ja, genau. Das war... Das Tool? Zum Hammern? Die I-Bail brauchen wir noch nicht. Nein. Ah, wir brauchen aber danach noch diese A-Strips. Ich nehme alles mit. Das sind ja kleine Items. Die kann man ja, glaube ich, mehrmals haben. Hier, genau. Die brauchen wir noch. Ich mache aber auch wieder zu. Ordnung ist das halbe Leben. Merkt euch das? Ich habe etwas missen. Wie die aussieht. Ähm. Setting Needles. Okay, gut. Ist aber eigentlich auch schön sortiert. Ja, bei mir hat es verdammt schnell. Bei mir war es bloß Bobby. Wir haben hier mehrere Hunde. Und Bobby, du, alter. Bei der ersten Begegnung, ich habe Kali kennengelernt. Wir sind zu ihr ins Zimmer. Bobby kam an, hat mir erstmal hier ein Stück Fleisch rausgebissen. Und danach waren wir Best Friends. So, komm. Ah, das ist so grausam eigentlich, ne? Richtig mit Schmackes einfach reinhämmern. So, schön zuzürbeln. So, warte mal. Back, wieder rein. Alright. So, das haben wir noch gut drauf. Hier passiert ja gar nichts. Ist das ein Horrorspiel? Ja, ne? Ist das ein Horrorspiel? Mh. Ah ja, genau. Jetzt müssen wir die Flüssigkeiten... Wie war denn das? Ähm. Wart ihr das oder war... War das im Spiel? Schwarzen Labrador-Hüten. Sehr speziell. Können wir hier nicht ein bisschen Waschshampoo reinmachen oder so? Werden da gerade geklappt? Haben wir noch ein bisschen was? Okay. Ne. Ja. Und das da war es, ne? Okay, geil. Ey, hier kommt halt auch immer wieder was Neues anscheinend. Was passiert, wenn ich jetzt weitermache? Was passiert, wenn ich jetzt weitermache? Ich weiß nicht, soll ich da hingehen? Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Alter. wir sind bei der ersten leiche und haben ist das der dämon hat die hohe aktivität oder ich weiß noch nicht wie das funktioniert also dem part der part ist klar aber ich weiß noch nicht wie man erkennt welcher ich glaube einer der drei ist glaube ich ein dämon glaube ich oh nein hier bleibt auf habe ich gesagt der mann brauche überblick so warte mal was haben wir gemacht schlauch 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 ich finde katzen lustig aber das sind alles hasen söhne das andere darf ich nicht hier weißt du ich mag katzen ich bin eigentlich ein katzenmensch ich habe vor kali bis mein ganzes leben immer noch katzen besessen das stimmt wir müssen die alle ja noch ausschlitzen hier am hals wo sind die hier nicht so an der seite jetzt so wir haben ach so noch anmachen mixing ja das haben wir stimmt das reagent fehlt das reagent alles katzen söhne ja weil du auch schwach bist meine freundin du heben wir gleich wieder auf denk dran ordnung ist das halbe leben